Die Arbeit mit Tabulatoren, Listen und Einzügen braucht erfahrungsgemäss einiges an Übung und die kannst du dir mit den folgenden Aufgaben holen. In der Übung Rezepte geht es darum, die Zutaten mit Tabulatoren zu formatieren. Die Mengenangaben sind an einem rechtsbündigen Tabstopp ausgerichtet, während die Zutaten an einem linksbündigen Tabstopp ausgerichtet sind. Das Vorgehen ist anschliessend eine nummerierte Liste mit solchen Einzügen. Auf der zweiten Seite hast du gleich nochmals Gelegenheit, das zu üben. In der Repetition kannst du dieselben Übungen, wie wir sie jetzt mit diesen Lernfilmen durchgespielt haben, nochmals für dich machen. Einfach mit etwas anderen Inhalten. Falls du nicht mehr weisst, wie es geht, kannst du in den entsprechenden Filmen nochmals nachschauen. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg dabei.